so hallo und herzlich willkommen zu gartig von mit dem chris und mit dem thomas morgen wir starten ist ja ich mach fortfahren so schreibe einen satz jetzt schreib zum beispiel das hin was du willst dass der andere zeichnen es ist ja wurscht du kannst ja auch einfach nur das hinschreiben was wieso habe ich warum habe ich erst die verbindung am server verloren was ist denn jetzt also ich hab's schon ja ich jetzt auch aber ich habe jetzt einen verbindung am server ich bin gespannt was ihr jetzt habt zwei von drei ich hoffe du hattest auch das schon hingeschrieben was du wolltest was was soll ich zeichnen geschleicht ich hab gar nichts hingeschrieben was geschleicht ich was soll ich denn machen war jetzt abgelenkt gerade hab nix hingeschrieben ich muss einmal das eine logo da löschen es ist schon wieder da was willst du das von mir ich will das logo löschen das ich zeichnen kann ja dann halt nicht was soll du löschen das datikon logo im hintergrund falsche vorbildes richten ich hoffe dass es mir am letzten kann man löschen äh du hast ein misscule irgendwo oder nein das nicht äh jetzt zeichne ich das wo hast du die falle zurück so dann mach ich so 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 das ist mit 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 das hat wahrscheinlich der kris geschrieben das was ich grad zeichnen muss warum einfach so also wenn du es nicht weißt wie du zeichnest was ich geschrieben hab dann weiß ich nicht was falsches ja ich kann es nur so zeichnen wenn du es dann angefressen bist du es nicht ich bin ja nicht auch chris ich meine es ist eigentlich ziemlich einfach ups ich wollte das nicht so machen ich wollte ja irgendwie so 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 ist einer fertig von euch eigentlich jui dann kannst du auch fertig drücken wenn du willst oh ja schon dann steht da schon 1 2 3 ach so das habe ich gar nicht gesehen cool also ich habe schwarz ausgewählt was willst du von mir also wenn es schwarz proxt ist das nicht wirklich meinst doch wahrscheinlich Du hast auch fertig drückt, Thomas. So, dafür muss ich auch fertig drücken. Jaja, zwei müssen fertig drücken, dass die Zeit vergeht. Hast du das vorher gesagt? Habe ich jetzt auch gesagt. Mir hat noch keiner zugemacht. What the fuck? Jetzt bist du dran, diese Szene zu beschreiben. So, ich fahrschöben. Bin ich zu behindert, das zu machen? Ist das zu schreiben besser? Kann ich dir nicht sagen. Bin zu behindert, das zu schreiben, ja. Also, ich habe jetzt das Hinschreiben. Also, ich habe jetzt das Hinschreiben, was ich mir gedacht habe. Also, was ich da sehe, weil... Das ist aber nicht. Gut. Er ist in drei Runden, das passt schon. Anzeigermodus ist... Manuel? Kann man vorlesen auch? Nein. Wurde ich nicht. So, Album von mir. Ich habe das Pokémon gemeint. Thomas hat gezeichnet. Was? Das Pokémon. Und der Thomas? Helfe auf, ich... Helfe auf, ich... Fisch mit Kaffee. Wieso ist das Pokémon nicht erkannt, Chris? Ich weiß nicht, es war schon. Sicher schaut das so aus. ja das habe ich das habe ich zeichnen müssen sehen wir draußen während es sonnig ist wirklich mal so etwas schreiben und nicht die zeit vergehen lassen die letzte fahrende regenwurm was ich geschrieben habe nein nächste runde machen ein paar mehr runden oder machen wir 10 züge ich weiß nicht was 10 züge sind denn erst 10 mal jetzt kommt bevor es aufgerüstet ja dann machen wir 5 ich glaube 5 ist genug äh ja so äh was will ich das wer zeichnet von euch das mal mache ich einen Satz draus naja steht der Satz da also dinge halt einmal dass man einen Satz machen muss oha also ich bin fertig sorry ich bin gespannt was draus geht ich bin auch fertig fertig 2 und 3 ja du kannst auch auf fertig drücken Thomas dann geht die Zeit gleich aus genau das war ich was was wer ist das also ich habe die gleiche idee wie ich gehabt was ich habe die gleiche idee wie ich gehabt naja wie ist das schon sehen wer ist das ich muss ja erst googeln was das ist oder naja aber doch ich mache schon eine gescheite Hülle wie soll ich das sein und geschleicht dich was gibst du schon auf nein ich brauche nur ein gescheites Foto von dem dass ich das zeichnen kann ja ich bin zuerst fertig wenn ich sage dass das einigermaßen in ordnung ist ok danke ich gebe nicht auf aber ich versuche es am mindestens so gut wie möglich ja warte schatze ich nehme auf und ich muss mich konzentrieren so warte es noch mitten abgeben bitte ich bin gespannt wer mein Wort gekriegt hat ich sage nichts was ich geschämen habe sag ich auf jeden fall nicht ich habe ja gesagt nichts daneben schluss so warte es mitten abgeben bitte ich habe noch was vergessen sowieso also ich sage nur meine zeichnung ist scheiße sorry jetzt bin ich fertig es wird niemand erkennen von euch es wird niemand erkennen von euch was ist denn da was ist denn da Hautfarbe überhaupt weißt du ja es geht aber ganz unten rechts ganz unten rechts ja was willst du sagen als Hautfarbe nehmen bleibt denn oder nein nein ja wahrscheinlich also jetzt machen wir auf und spät nein ich spät ja gleich raus komm komm ausse mich wie zeichne ich jetzt dankeschönesten Wörter dort wo ich fertig zeichnen will sterbt mit dir Schatzi was machst du wie Schatzi ich kann so nicht zeichnen du kracheteil wie zeichnest du weiß ich selber nicht lass die AI zeichnen gib doch Computerprogramme für nein danke so ich bin auch fertig es gibt ja viele äh Künstler die im Internet ihre Bilder verkaufen oder halt so ne Kommission annehmen die haben als Angst um ihr Einkommen wegen der künstliche Intelligenz weil die fütterst du ja nur mit ein paar Bildern weißt du ja das habe ich schon mit und dann zeichnen die halt die Bilder selber so wie male ich das im gescheitesten Wörter vielleicht gar nicht ja das wollte ich auch kurz sagen Schaut so schrecklich aus Schaut so schrecklich aus oder du fängst an auch ein Victor Seitzmann zu werden für Sigma ja ja schau mal ob ich jetzt versaut habe ja 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 er meint es wirst nicht erkennen wenn du weißt du wirst du es nicht erkennen so ich bin fertig ich bin auch fertig ich halte mir das wahrscheinlich so ich bin auch fertig ja ist das geil das erste habe ich einmal wie zeichne ich denn jetzt im geschehen Vielen Dank. Nein, ich nicht. Nein, keiner sagt irgendetwas. Du hattest mich gerade am Zeichen. Nein, nicht nur du. Ich sage, schieß doch bitte nicht hinter mir, danke. Ich muss ständig das selber zeichnen. Was muss selber zeichnen? Das selber muss ich jedes Mal zeichnen. Was ist das? Hast du das selber gekickt, oder was? Ich bin fertig. Ich bin gespannt, was... Jetzt müssen wir noch einmal... Moment. Ja, ich auch. Jetzt müssen wir noch einmal das Bild beschreiben und dann ist fertig, die Runde. Ich bin gespannt, was rauskommt. Außer irgendein Besen. Das Bild ist echt creepy, was ich gerade zeichne. Ja, aber auch okay. So. Ähm... Zack. Zack. Also, ich zeichne das, was da steht, ne? Oder ich versuch's so mindestens. Das verzeichnen, was da steht. Ich bin so gespannt, was wir zeichnen, ob es müssen. Nein, ich bin irgendwo ankommend. Scheiße. Ich mach mal so. Ähm... So. So. Ja. So. Danke, dass... Ist da... Dafür mach mal... Also, ich wär fertig. Ich wär fertig. Auch wenn er extrem creepy ausschaut, aber trotzdem nicht. So, ich bin fertig. So, ich bin fertig. Warte nur auf euch. Wie sieht man, das schaut ja creepy aus. Aber es ist das, was da steht. Also, man kann nix sagen. Ich bin fertig. Wie schaut's bei euch aus? Ich bin klar. Ich bin fertig. Ich bin so auf das Foto davor gespannt, was davor passiert ist. Also, ich bin auch fertig. Also, ich bin auch fertig jetzt. Was, dann fährt noch der Thomas. Ja, einen Moment. Ja, ja. Du hast alle Zeit der Welt. Ich mach keinen Stress. Das ist mal aber ich... Ja, mit so Texten dazuschreiben ist schon cool. Aber meine Zeichnung ist schon zu creepy aus. Ich bin gespannt, was ich jetzt noch beschreiben muss. Was ich jetzt noch krieg. So. Mein Neffe und meine Nichte wollten sich eben einen Film aufsuchen. Ah, okay. Ich weiß schon, fällig mit zeichnen, aber... Was? Was? What the fuck? JJ war mir gekämpft. Keine Ahnung... Wie schon recht? Ich bin fertig. Ich auch. Ich bin auch fertig. Also, chris fehlt noch. wir machen mit vorlesen an und automatisch ich bin gespannt was dabei rauskommt schegg am schokoladen behindert das entstellte schegg läuft auf dreck nahe was kann einer von aktuellen ton ausstellen ich habe ich habe das doppelt ich habe das doppelt ein schegg trägt einen hund ja wieso ist doch ein schegg mit wund geschlechtet schegg the ripper ist das geil ja 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 hast du es nicht aufgeguckt keine ahnung aber du du unverschämter der ist rothaarig nicht braun du schwein so äh was will ich denn jetzt ich bin fertig veränderte denn das ist schon wie ein schegg na nein boah was könnte man draus machen Ich weiß, was gleich kommt du Ja, ich muss noch ein bisschen Schwanzkopfseeadler oder sowas Warte, ich muss kurz überlegen Ich bin jetzt gleich, warte Warte, ich weiß, was besser ist Also, wer meinen Charakter hier gleich kriegt, ne Der könnte die Haarfarbe nicht vermasseln, der ist glatzköpfig Also, bei mir kann es, ich Ja, ich bin fertig, ich habe schon draufgedrückt Ja Ich bin am Essen Ich bin am Essen, aber ich hoffe, jemand kriegt die Technologie Ja Warte 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 Es ist das Chess. Ich brauche wieder 10 Jahre, circa im Gefälle Ich brauche wieder 10 Jahre, circa im Gefälle Ich bin gespannt, wer mir eins gekriegt hat Ich habe mir gedacht, das ist lustig Ich zeichne es aber nur grob, das, was ich da gekriegt habe, von wem auch immer Kann man schon fast denken, von wem ich das gekriegt habe Sag ich nicht Damit kann es mir denken Ich zeichne es mir so gut, das geht, dieses Hanselviechter Irgendwie, der Sackton, das hätte man nicht versauen können Weil das, Alter Geht das Hallo Da ist der Zeichner, keine Grafik Grafik Ja, wahrscheinlich bei mir auch, aber das ist mir ziemlich scheiße Oh, fuck, das wird dann nicht Ist eigentlich schon wieder fertig von uns, nein, oder? Ich bin eigentlich schon fertig Also Ich muss nicht viel zeichnen Also wenn so läuft das Spiel, wie ich mir denke, geht an meine Zeitung, genau Na, du hast es Na Ich habe mir nur versprochen Ich bin fertig Ja, ich muss noch an michi warten Bis er die perfekte Zeichnung da gemacht Hä? Bis er die perfekte Zeichnung macht Perfekt mache ich es nicht, ich mache es nur schemenhaft, weil es geht halt nicht besser Das ist spannend, das ist spannend, kann man mal nur so spannend sein? Ja, Zeichnung, Mann Ja, Zeichnung, Mann Das ist echt große Hilfe, weißt du das? Was bin ich? Große Hilfe! Ja Ja Schafft ihr das? Ja Ist das dein Böhnchen? Ja Ist das dein Böhnchen? Ja Ist das dein Böhnchen? Moment, ich muss noch was ergänzen Ich mache noch was Ja Ja, ich bin's eh gleich Ja, ich bin's eh gleich Wahrscheinlich Wahrscheinlich Aber das ist mir relativ egal Erst So, ich bin fertig, ist mir wurscht, besser wieder nicht Ich bin auch fertig Was ist das? 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 Ich bin dann Wunderschöne Was ist das? Was ist das? Wunderschöne Und wenn es das ist? Es ist das Nein, das kann ich nicht so schreiben! Wird die Folge Dämonisatisiert, oder? Geschlechtig! Ja, ich bin fertig! Wurscht, ich schreib so wie das heißt! Ja, ich bin auch fertig! Ich schreib so hin, wie es da steht, ist mir wurscht! Ja, ich bin nervös! Ja, ich bin nervös! Ja, ich bin nervös! Er ist niemals wichtig,.. Ja. Nein, wieso ist das... Was? Wieso? Alter, wie soll ich das zeichnen? Gar nicht. Nein, wirklich. Nein. Ich bin ja so gespannt, wie er meins gekriegt hat. Bei wem ist einer alle daheim, oder? Thomas. Jetzt ist draußen eine fette Zauber. Bei wem ist noch draußen draußen? Ich hab gesagt, eine Eule. Also, wer immer die Eulen züchtet, oder what is, eventless. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin ja mein Gott. Ich bin ja mein Gott. Wie lange will ich das noch machen, oder? Ich glaube, der, was Bands gehabt hat, das kann man, glaube ich, nicht erkennen, was ich da zeichnet habe, was ich da gehabt habe. Und was ich jetzt zeichne, kann man, glaube ich, genauso weniger können. Schaut eher aus wie so, äh, fasziniert was. Wie kommt man überhaupt auf das, was ich da gerade sehe, oder? Wie kommt man überhaupt auf das? Ich bin gespannt, was daraus kommen ist bei euch. Du weißt nicht, warum es geht? Das sage ich nicht. Warum nicht? Ja, wahrscheinlich weiß er sie. Ich weiß es nicht, du weißt nicht, warum es geht. Ich bin gespannt, wer das zeichnet hat. So, das erste Wiki fertig. Jetzt geht es um durch zu. Wieso das erste? Alter, was musst du zeigen? Verklick mich die ganze Zeit weil ich lachen muss wahrscheinlich hast ich werde du hast genau das geklickt was ich habe was ich geschrieben habe wenn ich das geklickt habe finde ich lustiger bin ich spart das war gut aber das fresse du fette taube oha die orme taube drei weiße taube so wenn das rauskommt was da wesen ist dann oder die walter ich glaube nämlich nicht dass das rauskommt was ich da so ich bin fertig ja achso ich muss noch kleinigkeiten okay gar nicht okay 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 war So, ich bin auch fertig. Ich hab nur das Zeichen, was geschehen ist. So, machen wir so wie vorher, automatisch und voll ist es. Nein, ich bin gespannt, was für ein Scheiß rausgekommen ist. So, zuerst mein Album. Sander an Kampf gegen die Bild-Zeitung. Ja, das ist das. Sandama liest ein Buch über Kirschen. Das ist so krank. Sandama kreilt sich in den Beutel Kirschen. Das ist auch nicht schlecht. Aber es ist ein kranker Mann, am Ende. Gut, das Album von Chris, da bin ich gespannt. Thomas, die Prostituierte Lokomotive. Thomas, der Tank wird gefickt. Geheime Panzerbautechnik der Nazis. Ich hab immer Gifte davon, du. What the fuck? Kommt so viel Scheiße. So, und dann tun wir es aus. Victor Salzbrandt. Wie war's? Wie war's? Wie war das? Wie war's? Eure Nacht, man hat mich noch nicht mehr. Ja, so ist es auch gut. Ja, ja, manchmal ist es Zeit, die Kollegen zu entleeren. Eure Nacht, man hat mich noch nicht mehr. Da muss man den Hauerschuhen, ne? So. Ah, was mach ich jetzt, Alter? Oh, Mensch, ich muss mir eben was überlegen. Ja, ich auch. Ja, während du isst. Hm, während du isst. Ich auch was, aber ich mach jetzt auch so. Ja, dann tue ich kurz das Video stoppen. So, alle sind wieder da, wir waren alle auf dem Flo und haben uns überlegt, was wir schreiben können. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also, ich hab meins fertig. Was? Ich hab meins fertig. So, ich hoff. Wie ist das dumm. Na, ich muss das, glaub ich, küssen. Hm? Na, ich glaub, ich muss was küssen, was ich geschrieben hab, ich glaub, das ist zu lang. Ich versteh nicht, warum man es nicht ausschreiben kann. Beziehungsweise, dass das nicht darstellt, wieviel Wörter du nehmen kannst, also, Buchstern. Ja, das... Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Doch, ich wär soweit. Ich noch nicht. Okay. Ja. Dann musst du noch mit Sigma fallen. Jetzt kann man auf jeden Fall dumm was haben, Gott. Und komm, ich nehm einfach die. Okay. Okay, passt. So. Fertig. Dann drück mal auf Fertig, wenn du fertig bist. Ja. Ich weiß... Okay. Mhm. Alles klar. Was ist los? Nicht viel. Ja. Also, die Hölla-Affären, wenn du es genau wissen willst. Ja. 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 Ja, 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 ja. Die Hälfte, die ich durchführen kann. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Katze, ich kehre mich nicht. Wow, das ist das Schönste, was ich hier gemacht habe, bis der Putt. Du glaubst mir, das ist schön. Okay, warte mal, das muss ich mal ändern, weil das ist nicht so schön gut. Das ist scheiße, was ich mache. Weißt du was, ich mache das so, ist mir wurscht. Das ist erkennbar, auch wenn es... Ich bin fertig. Alles klar. Komm her, mein Schatz. Ich zeichne nur den Kopf, ja. Ich zeichne nur den Kopf, weil alles andere klicke ich hier nicht hin. Ach, du süße Maus. Dann kennst du das auch nichts, was das ist. Bei mir kennst du das auf jeden Fall erst. Bei mir auch nicht. Ich bin auch fertig, furscht. Mach nur den Kopf. Ich bin fertig. Ich auch. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Das ist das, was ich sehe. Wahrscheinlich soll etwas anderes dastehen. Ich bin fertig. Was... Was? Äh, ja... wie mache ich das? so und jetzt keine ahnung das hier überhaupt erst so ich weiß nicht was du überhaupt das stimmt sagen was ich zu zeichnen soll hallo ach so ich habe das falsche tool ausgewählt da kann das nicht funktionieren was ich voll habe genau wenn man nicht porno ich bin fertig ich brauche noch ein bisschen ja komm wir können weiter drücken ich würde da nur eben mal einen krater also ich bin fertig ja das ist das was ich sehe aber keine ahnung ich brauche noch ein bisserl ich bin so gespannt was da vorher war es ist eigentlich random welche bilder man kriegt weil gefühlt kriege ich immer als zweiter sind thomas sonst keine ahnung so ich bin auf jeden fall fertig ich bin gespannt man erkennt wahrscheinlich genau gar nicht was ich verzeichnet habe weil ich glaube nicht dass es das geworden ist was ich da gerade habe ich glaube das ist ganz anders geworden keine ahnung ich bin fertig ja ich bin auch fertig doch küsst gleich ich bin fertig 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 was schau mal so was ist bei mir raus geworden abra ist auf dem mond und spielt golf das ist ja das doch geworden was ich gekriegt habe stargolf loch 18 stargolf 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 willi der meistergärtner arbeitet hart willi der meistergärtner arbeitet hart ich bin ein küsst das ist das ist so weit eine biene grabt nach scheiße ist doch nicht wieder aus und ich hab die drohne für die genommen die die viele die das Ja, jetzt kommt der Kuss mit seiner Arme mit dem Ding. Stola, FF40. Thomas ist es. Ja. Ja, keine Ahnung. Grauhaariger Katzenkopf im Nichts. Katzen mit dem Todesfleck. Wolltest du es aufhören oder machen wir noch eine letzte? Wie lange brauchen wir denn schon? 55 haben wir gleich. Aber das ist ja egal. Na, dann lassen wir es einmal. Ja, wir können auch eine Runde machen. Es wäre irgendwie cool, wenn man tauschen könnte. Wenn ich nicht immer die Sachen von Thomas kriegen würde. Was? Was tauschen? Ja, dass ich nicht immer die Sachen von Thomas kriege. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das geht auch noch. Ich krieg der 1. Der Thomas kriegt meins. Und du kriegst ja den Thomas 1. Du brauchst mehr Spieler. Ja, man kriegt immer das von Letzten. Wahrscheinlich kriegt der Erste. Keine Ahnung, aber es war trotzdem lustig. Können wir noch einmal machen irgendwann. Schöne Optionen? Ja, nicht wirklich viel. Na gut. Gut, dann war es das halt mit mir wieder. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Na, ich bin auch schon schon. Bis zum nächsten Mal.